Warnung Dieses Let's Play ist für Zuschauer und Gamer unter 18 Jahren nicht geeignet. Ziscon wünscht ihnen trotzdem viel Spaß dabei. Supermächten offen. Er wurde befreit, bewaffnet und ist unberechenbar. Koalition und Treuebund unterzeichneten Verträge und schickten ihre besten Männer. Doch Sakaev zog Strippen, säte Misstrauen und spartete. Wir richteten unseren Waffen gegeneinander, genau wie er es wollte. Informationen deuten auf eine verborgene Welt hin und Pläne zu ihrer Nutzung. Ein echtes Pulverfass. Und Sakaev hat die Lunte gezündet. Gehen wir es an, ja? Rambo Sets. Licht aus. Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu Call of Duty Modern Warfare Season 4. Erste Folge, meine Freunde. Heute gibt es richtig was aufs Brett für die anderen von uns beiden. Und damit herzlich willkommen, Yannick natürlich. Auch ich heiße euch herzlich willkommen hier in der Season 4 von Call of Duty. Bei uns ist es die zweite Staffel. Der Howie hat recht. Sie kriegen heute richtig auf die Fresse. So sieht das nämlich aus. Und natürlich, was ihr nicht vergessen dürft. Instagram, Facebook und YouTube. Dort sind wir überall vertreten. Folgt uns, liked uns und supportet uns. Wir beginnen die Season ganz einfach. Ein einfaches Team Deathmatch. Damit wir erstmal wieder reinkommen. Wie ich sehe, hat der Howie wieder mal ein bisschen gespielt. Wie kommst du denn jetzt darauf? Weil du zwei weiter bist als ich. Ich bin ja 56, du 58. Ja, ich hab nur ein Spiel gemacht. Ich schwöre. Sagt er. So, Team Deathmatch in Vakant. Dauert noch ein bisschen. In der Zeit könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr die Playstation, wie heißt das? Ob ihr das gesehen habt und wie ihr die findet. Also ich finde, es ist mal was Neues. Es ist mal was Neues. Ja. Auf jeden Fall werdet ihr dann auch hier Spiele auf der Playstation 5 erleben. Sicher? Ja. Müssen wir erstmal einer eine kaufen. Oh, ich bin... So. Der erste ist schon tot. Scheiße, jetzt bin ich auch tot, ey. Oh, scheiße, er kam aus Ecke. Er kam aus Ecke. Jetzt kommt... Alter, ich bin so blöd. Er läuft. Ich denke, er kommt hinter mir. Wo kommt er vor mir? Ganz falsch. Die ganze Suppis, Alter. Ganz hinten ist einer. Ich rief mir das mal wieder. Okay. Verholen. Kannst du nicht holen. Doch, ich habe ihn voll gesehen. Oh, scheiße, ey. Ich komme von hinten, der Sack. Da hat mir einer aufs Maul gehauen. Oh, ich kann schon... Was, Alter? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Man... Es ist gekriegt... Nein. Danke. Doch. Was will ich mit einem Schildgeschütz? Ich bin... Ich bin... Ach, fuck! Ja, danke. Schon in den Kopf geballert. Mann ey, was ist mit mir los ey, ich flippe aus ey. Ich bin wie der erste Mensch ey, echt. Scheiße. Ich schaffe es noch nicht mal einen zu töten, der direkt vor mir steht. Ich auch nicht. Da drin ey. Scheiße. Der erste hat 16. Guck mal, das gegnerische Team und Kollege. Ja, weil die auch immer nur einen Schuss brauchen. Ich lauf nicht mit dir mit, sonst stirbst du wieder und ich hab dann die Schuld. Der ist mal in den Arsch gefrettet, Alter. Der ist schön in den Tod gelaufen. Der ist noch ausgeglichen. Der ist noch nicht so, dass es noch nicht so. Die sind noch nicht so, dass es nicht so. Ich bin rechnault. schön einmal umgelaufen schönen hast da denke ich die kann man nicht treffen ich alter ja so du lieb bin ich wer ist das halt da so ja er hat schon 31 also Maxi King am Arsch Durch Der hockt da immer noch in der Ecke In welcher Ecke denn? Der da, da, da Egal Das ist mein letzter Schöner da Die oben Die kaputt, aber wir sind nicht Vorräte bei der Station Denk mal ganz Der da 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 Das ist sowieso gleich vorbei Och man, er steht da hinten in dieser Weil ich so dumm bin Ist ja geil Weil ich so dumm bin Und das war's Gott sei Dank nicht letzter Alter Gerade noch so geschafft Oh Hast du noch nicht überholt Oh, da ist er Erste war tot, zweiter tot 16 mal geschoben Du auch Ja, Freunde War uns mal wieder eine Ehre Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss Toll